Zum Anlass des 30-jährigen Jubiläums hat die Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda 30 Bänke in der Stadt errichtet. Die sogenannten Lieblingsplätze zum Verweilen stehen im Stadtgebiet Hoyerswerda sowie vereinzelt in umliegenden Dörfern, wie zum Beispiel Bröten. Das Projekt entstand in Zusammenarbeit mit dem Marketingverein Familienregion Heu und solle eine Alternatividee zu den ausbleibenden Feierlichkeiten in 2021 bieten, wie Steffen Margraf, Leiter der WGH, berichtet. Infolgedessen wurde der Entschluss gefasst, den Menschen in der Stadt eine Freude zu machen, in Form von selbstgewählten Lieblingsplätzen. Mieter und Bürger konnten dabei mitentscheiden, an welchen Orten die Bänke aufgestellt werden sollten.